Irgendwo hat eben einer geschossen? Wer schießt denn? Ah! Wer schießt? Oh, jetzt bin ich unten. Guck hier hin. Ah, nein, nein, nein. Was machst du denn da? Kollege, du solltest das absperren und nicht irgendwie rumspielen wie im Sand. Alter, jetzt bin ich hier runtergefallen. Das ist gar nicht gut. Nee, das ist nicht. If you're happy and you know, would grab your pants. Wurde von da geschossen? Von da aus dieser Höhle? Habt ihr auf mich geschissen? Ja, das wird mit Sicherheit lustig hier unten in diesem unübersichtlichen. Ich bin sowas von müde. Jetzt auf einmal. Ich spreche auch gar nicht mehr ins Mikrofon. Geil. So, wir sind unten. In der Ravine. Und können diesen Teil hier demoligieren. Was erzählt er? Was erzählt er? Sachen, um nicht zugeben zu müssen, dass er tierischen Schieß hat. 4 2 3 2 3 4 4 4 3 Die Jungs lassen wir da mal in Ruhe, die, die, die haben da schon ganz alleine Spaß. Ähm, warte mal, hier müssten wir doch irgendwie, ja, schön, weißt du, machen wir das doch so. Treppen wir uns hier mal drauf. Ja, so nach und nach erobert man sich etwas Land. In der Hose. Was? Ja, ich will dieses Eisen da haben. Ja. Wir hätten vielleicht sogar noch etwas mehr Sand mitnehmen sollen. So, was können wir denn hier von weggraben? Ah, die ganzen Kram hier, das ist schön. Ja, wir werden uns jetzt hier langsam vorarbeiten, ähm, weil das Problem ist, wenn wir einen Creeper in die Arme laufen, wir haben keinen Bögen. Nein, haben wir nicht. Wir haben einen, aber der ist, äh, sagen wir mal so, ähm, er ist zwar existent, aber nicht mehr so ganz unter den Lebenden. So, dann können wir uns jetzt Eisen hier holen. Ein Knödel Eisen, noch ein paar Knödel Eisen und da sind noch ein paar Knödel Eisen. Jetzt bloß aufpassen, dass ich mich nirgendwo durchgrabe und nun Creeper direkt ins Gesicht gucke. Dann gucke ich nämlich blöd. Okay, ähm, ja. Ah, ist das gut oder ist das gut? Ich baue hier gerade Fackeln, während rund um mich kommen die Armee der Finsternis keucht und stöhnt und krank, äh, was? Ja, schön viel Stein. Oh, Kaffee am Morgen um 6.42 Uhr. Ah, ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Ist auf jeden Fall nach 1 Uhr gewesen. Ja, ist ja auch wieder Wochenende, da darf man das. Sonntag ist es heute. Eigentlich müsste ich jetzt in die Kirche. In die Kirche. Ja, aber es ist nicht nur der gewisse Herr, Alter, da kreuzt noch eine Riesenrawine. Guckt mal. Alter, wir sind hier in einer Kreuzung. Ähm, ja. Also erstmal muss ich diesen Wasserfall da stoppen. Das ist ganz wichtig. Der nervt. Ich mach da mal einen Klotz Dreck rein. Tschüss. Und ich würde gerne da vorne absperren. Und damit, falls von dort irgendeine Zugrung, Zugrungsmöglichkeit existiert, diese nicht genutzt werden kann. So. Da oben gibt es keine Zugrungsmöglichkeit. Es sei denn... Komm, machen wir da mal zwei rein. Schnauze, ihr widerwärtigen Abnormalitäten und stinkenden Untoten. Also wenn es Untote geben... Hab ich das schon mal erzählt? Wenn es Untote geben würde, ich wäre ihr schlimmster Feind, weil äh... Ich kann es einfach nicht akzeptieren, dass etwas, das tot sein soll, äh... nicht liegt. Punkt. So ist das. Lass uns mal gucken. Ui. Ach du. Oh, guck dir so an. Armee der Finsternis. Ob wir es hinkriegen können, dass die einen Creeper anschießen? Wenn du dich glücklich bist und du wirst dich glücklich sein, wirst du deine Feindler holen. Das ist eine Riesen-Rawine. Das hätte ich jetzt gerne einen Lava-Eimer. Hu. Altair. Hm. War übrigens mein erster Computer, der im ETS Altair. Oh. Ja, das war nicht schön. Hör auf mich zu, Pieken. Warum treffen wir eigentlich kaum Spinnen? Ich würde gerne ein paar Spinnen treffen, um mir endlich mal ein paar, ähm, ne, Spinnenweben zu holen, damit wir, äh, also Seile zu holen, damit wir endlich mal und einen Bogen bekommen. Denn so ohne Bogen macht das ja irgendwie keinen Spaß. Meinst du nicht? So. Ich will irgendwie bald wieder an die Oberfläche. Ich höre ein Mini-Zombie. Jetzt will ich an die Oberfläche. Auf jeden Fall. Ich will, äh, If you're happy and you know, clap your pants. Alala. Das wird die Minecraft-Hymne. Für diejenigen, die kein Englisch können, äh, das Stück, äh, also der Text, eigentlich heißt es, If you're happy and you know, clap your hands. ne, also, wenn du fröhlich bist und weißt es, also, warum sollte man das nicht wissen, dann klatsche in die Hände, ne? Und, ähm, If you're happy and you know, clap your pants. Das heißt wiederum, wenn du fröhlich bist und du weißt es, scheiß dir in die Hose. Ja, das, ja, das ist so. Gut. Ja, meine neue Interpretation. Englischer Kinderlieder. Amerikanischer, glaube ich. Äh, ja, ich glaube, vor allen Dingen, es, äh, beschreibt meinen momentalen Zustand. Denn das hier ist, äh, zutiefst verstörend. Zumindest, wenn du keinen Bogen hast, ich nicht wehren kannst. Und noch dazu, Scheußendreck müde bist, einen Ölschädel hast von der blöden Kackerkältung. Das wollen wir ja nicht vergessen. Wir gehen jetzt hier Stück für Stück immer weiter vorwärts, bis es uns irgendwer umbringt. Ja, das hört sich wie ein Plan, an, ne? Ist es so? Ist das ein Plan? Lalalalalalalala. Lalalalalala. Ich guck mal kurz hier rüber. Nur so kurz. Was kann schon passieren? Das ist alles sehr unübersichtlich hier. Deswegen mag ich das überhaupt nicht. Und wir rennen hier bald out of Sand. Und das ist ärgerlich. Denn ohne Sand keine solch wunderschönen Schutzmechanismen mehr. Ne? Oder in die Ecke sollte vielleicht auch noch eine Quackel. Vielleicht hier auch noch? Je mehr viel Kehlchen, ist weniger Risiko für Spum. Sehe ich das irgendwie richtig, Ladies and Gentlemen? Jetzt ist es auf einmal so still. Ah, naja. Nicht mehr. Zombies können aber auch einem jeden Spaß verderben. So. Lalalalalalalalalala. Da ist Lava. Ja. Ich werde jetzt immer, wenn ich Lava sehe und Angst habe vor Lava, werde ich immer denken, ich bin ein Pudel. Ich bin ein Pudel. Ich verlinke es da oben nochmal. Da, da. Und ich verlinke es mit Timestamp, wenn das geht. Ich weiß nicht, ob man in der Infoblase einen Timestamp verlinken kann. Das wäre äußerst lustig, weil dann kann ich euch direkt zu der Stelle, wo der Pudel ist, verlinken. Und das wäre doch so. Ja. Ich würde das episch finden. Ach du mein Gott. Ich hoffe, ich habe irgendwelche passende Musik. Also wenn es eine Soundtrack ist, dann habe ich hier wahrscheinlich wieder den Diablus. Zwei Soundtrack. Ich glaube, es gibt kaum einen Game Soundtrack, der so absolut fiese ist. Also wirklich so. Ihr müsst ja wissen, ich habe hier geschlossene Studio-Kopfhörer und rundherum ist es dunkel. Okay, ich habe hier die Lampen, die mein hässliches Antlitz erleuchten. Jetzt kenne ich mindestens zwei Personen, die sagen, wenn du bist nicht hässlich, hör auf. Ich habe einen Spiegel und ich weiß, mit ihm umzugehen. Haben wir es jetzt. Auf jeden Fall. Es ist schon sehr immersiv hier, wie man so schön sagt. und äh... Puh. Mir schlöppert, schlöppert ganz schön das Gemächt. Mir bebt der Busen vor Erregung. Und zwar nicht vor sexueller Erregung. Obwohl, könnte vielleicht auch sein. So. Jetzt der Schnauze-See, wie der Franzose sagen würde. Wir haben einen Auftrag zu vollführen. Welcher da heißt? Wie bringen wir uns am besten? Was ist das da hinten? Da ist nichts. Die Madame LaVar lasse ich erstmal hier. Denn die könnte diesmal unser heimlicher Verbündeter sein. Was redet der Mann da? Was denkst du? Kappes. Oh, äh, ja. Hier könnte auch ein Monster. Ja, ja. Dann sollte man vielleicht hier einen Klotz hinlegen. Ja? Wäre das gut? Ja, das wäre gut. So, also das sieht mir wie ein sehr, sehr gerader Gang aus. Auf welchem Level sind wir hier eigentlich? Verflixte Axt. Level 25. Ui. Das ist Minenlevel. Eigentlich da, wo die meisten Haupträume der Minen sind. Muss man übrigens endlich für meinen Mikrofonspinne neue Gummis kaufen. Denke ich jedes Mal dran, wenn ich das sehe, was dafür für ein Massaker. Ja. Die Profis werden wissen, wovon ich rede. Ja, die sind ausgeleiert und ich muss, hab sie jetzt inzwischen mehrfach rundherum, macht doch nicht sowas. Und rumgewickelt. Riege dich nicht auf, Sonny. Alles ist gut. Alles ist wundervoll. Wir werden auch diesen Spaß überleben. Naja. Hoffentlich. Ich bin ein Pudel. Ich bin ein Pudel. Ich pudel. Wie war das noch? Horstie? Horstie, bist du bei mir? Ich hab Angst, Horstie. Horstie. Siehst du, das ist, das ist Minecraft im Normal Mode. Ne? du spielst ja derzeit noch easy. Ja. Vielleicht besser für dich. Vielleicht. Vielleicht lässt du dir aber auch was entgehen. Dieses wunderbare, flutterige Gefühl im Bauch. Ja. Und ja, ich meine das tatsächlich ernst. Also alles, was ich hier mache, sind wahre wahre Empfindungen. Also ist es nicht so, dass ich jetzt hier irgendwie, ich schauspielere zwar gerne, aber hier und jetzt nicht. das ist, weil ich dieses Spiel einigermaßen ernst nehme. habe Spaß daran, dieses Spiel ernst zu nehmen. Und ich wüsste nicht, wo der Sinn und Zweck sein sollte, dieses Spiel zu spielen, wenn man es nicht ernst nimmt. Weil man nicht Angst hat. Wer versteht mich da? Na, wer versteht mich da? Na, wer versteht mich da? Ist ja fein. So. Okay. Wir können wieder einen Schritt weiter. Ich warte eigentlich darauf, dass endlich, dass ich endlich ein paar Spinnen treffe, denen ich ihre Fäden aus den Gedärmen reißen kann. Oder wo auch immer diese Dinger drin sind. Die haben so eine Düse, ne? Wo das rausschießen. Ekelhaft. Ich habe nichts gegen Spinnen. Sind zwar nicht meine besten Freunde, aber ich habe hier, wie ich schon öfter gesagt habe, in meinem Domizil einige dieser langbeinigen und die tun mir nichts. Das weiß ich. Ich habe auch noch nie irgendeiner selber was getan. Also insofern weiß ich nicht, ob sie wird überhaupt was tun können. Oder ob sie dem Menschen völlig hilflos ausgeliefert sind. So wie ich dieser Höhle hier. Warum gibt mir jetzt ausgerechnet ein absolut gruseliges Stück von Motorhead durch den Kopf? Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber ich glaube, wenn das hier eine Grasmusikfolge ist, dann werde ich das ein Ah. Was glaubt ihr, wann wir in den Nether kommen? Ich hole mir mal eine Schaufel. Nein, so baut man keine Schaufel. So baut man sich ein Grab mal. Und das willst du doch nicht, oder? Äh, was? Warte mal. Das war jetzt irgendwie Ich bin irgendwie weird gerade. Äh, wie immer. Was ist denn da so neu, Sunny? So. Ähm, ja, dass ich weird bin. So. Holy fucking moly. was geht hier ab? Na, alles, was nicht angebunden ist. Oder absolut fest befestigt an Dingen. Das geht ab. Wir feiern die ganze Nacht. Was ist denn jetzt los? Zombie? Hey, alte Zombüse. Können wir nicht nochmal drüber reden? Über dieses äh. 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 Okay. Wieder einen Schritt weiter. Ja, ich habe hier keinen Bock hier einfach rein zu rennen. Wenn ich jetzt Bogen hätte, kein Problem, aber dann, äh, hätte ich auch eine Möglichkeit einen Fightback zu machen im Falle eines Falles. Aber so hier wie ich jetzt bin hilflos und von diesem Spiel geschändet. Du solltest nie direkt nach oben graben. nur aufpassen, dass hier nichts drauf springen kann irgendwo und schon gar nicht drauf sprengen kann. Ui, 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 ui. Wollen wir es versuchen? Wollen wir, wollen wir, wollen wir, wollen wir, äh, run machen da hoch und, äh, schauen, was da ist? Oh, Zombie, alte, alte, äh, was auch immer. so, Untertitelung des ZDF für funk, 2017